wir haben schönes fußballwetter liebe zuschauer und damit also herzlich willkommen zu dieser heutigen partie durch das spiel begleiten sie wie gewohnt wolf fuß und frank buschmann wir zeigen ihnen heute eine spannende partie dynamo kiev gegen legia warschau also ich denke auch das wird klasse ein absolutes highlight der ball ist freigegeben und das spiel beginnt er bricht erst mal abwartet auf die kollegen unheimlich wichtig dass er da zur stelle ist aber er muss aufpassen sie kommen sie lassen den ball gut laufen schwer für den gegner das zu unterbinden er zieht ab stark gemacht mit viel auge holt sich da den ball klasse schön wie sie da die offensive unterstützen er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden da ist er der erste treffer in diesem spiel so da hätten wir also das 1 zu 0 mal sehen wie es hier weitergeht da sehen wir wie dribbelstark er ist was für eine chance sie haben den schwung dieses treffers ausgenutzt doppelt schlag zwei tore sind sie vorne 2 0 steht sie hier sie machen einen guten eindruck jose und dann ist der ball doch weg die besseren ballbesitz zahlen haben im moment die gastgeber und auch die chancen holen sie immer wieder raus sind enorm aktiv also mit dieser führung im rücken können sich fast beruhigt aufspielen langsam wird es gefährlich schönes dribbling da hat er die chance eine starke parade er geht vorbei schaffen sie die anschuss treffer das ist noch gefährlich die riesen chance und ich glaube da haben sie diese situation unbeschadet überstanden toller pass gute aktion gute ereingabe vielleicht die chance kein tor da blocken sie den ball gerade noch ab pausenpfiff durchgang 1 ist zu ende kurz durchatmen dann geht es hier weiter wie sie sehen sie hier der macht eine richtig gute partie der ist heute richtig gut drauf mit dem kommen sie überhaupt nicht zurecht und damit pfeift er die zweiten 45 minuten an gut verteidigt könnte den konter geben jetzt ist der platz da der ball holt er gut verteidigt anspielstation werden da machen sie sehr gut chance zum anschluss treffer geht gut dazwischen sie machen zu hat das war wichtig gute aktion ball weiter im spiel die chance jetzt vielleicht zum konter das könnte gefährlich werden er trifft und damit steht heute für ihn ein doppelpack zu buche und mit dem 3 zu 0 sorgen sie hier für klare verhältnisse jetzt hätte anspielstationen da zahlt sich das frühe stören aus ball gewinn klasse chance jetzt da machte ihn rein nach diesem treffer steht es nun 3 1 kurzer blick zur uhr viertelstündchen haben wir noch da muss er hin und holt sich den ball es gibt ecke sie nehmen eine auswechslung vor ecke kommt rein erst mal geklärt schöner einsatz kann klären es gibt eckball und jetzt wollen sie wechseln so ecke kommt richtig gut vom torwart den hat er sicher setzt sich das schön durch die letzte reguläre spiel minute läuft damit ist dieses heutige spiel zu ende die gäste haben hier also verloren sie verlieren ja also ganz knapp und die frage ist welche schlüsse sie daraus ziehen das war heute eine überragende vorstellung vor dem ganz toll also überragend hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden treffer das war so Untertitelung des ZDF, 2020